Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Peetsmeet TV. Heute mit allen außer Christian. Hallo, hey. Und es ist Gamescom Mittwoch. Auch wir sind dieses Jahr das erste Mal wieder auf der Gamescom. Vielleicht seid ihr auch da. Das stimmt dir, ich brammer dich mal letztes Jahr. Also, du kannst ja nicht für alles. Wir alle fünf, meine ich, zusammen. Das stimmt. Und wir dachten uns, wir reacten zur Feier des Tages auf einer der ersten Vlog-Gamescom-Videos, die wir jemals gemacht haben, und zwar auf den Freitag. Wir haben uns dieses Video mit ein paar von uns schon mal angeguckt auf der YouTube-Gaming-Launch, auf der Gamescom vor fünf Jahren. Wir wollten das jetzt in guter Qualität. Da haben wir dann schon mal auf dieses Video hochgeladen. Das war ziemlich nicht so geil und deswegen haben wir uns gedacht, könnte man nochmal machen. Hatte auch einen anderen Namen und so weiter und so fort. Deswegen dachten wir uns, das könnte man trotzdem nochmal wieder machen. Zur Einstimmung zur Gamescom ist doch schön. Genau. Ab dafür. Alter, schönes Info. Ja, herzlich willkommen hier wieder auf der Gamescom 2012. Mein Name ist Dennis Bram, wir sind hier Tag 3 endlich. Und ich habe immer mitgebracht. Und zwar der Dennis ist auch hier nicht da. Hallo Dennis, wie ihr seid? Was geht ab? Ja, ist ziemlich fett hier und ich freue mich natürlich heute wieder da. Weißt du noch, wer Kameramann war, Bram? Ich glaube, es war Christian, ne? Ja, okay, Christian war es. Ja, jemand, der im Hintergrund ein bisschen hier auf seinem... Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Auf 5.000 Mal am Tag. Genau, ein Megafon-Shit. Und ja, wahrscheinlich Student oder so. Wir kennen das ja alle. Wir freuen uns heute auf den heutigen Tag. Wir werden uns heute ein bisschen in der Business Area auffilmen. Äh, auffilmen. Wir werden uns auffilmen, ja. Und... Ey, wisst ihr, was krass ist? Ihr wart jetzt schon lange nicht mehr an der Gamescom, ne? Diese Vorplätze bis dahin... Da gibt's nicht mehr. Da gibt es nix mehr. Da ist alles zugebaut. Das ist... Alles. Das sind Kassen, Hotels. Gebäude. Ja. Er sagt... Ja. Der Weg da zum Eingang Nord, den du gerade siehst, von der Bahn oben, der ist jetzt quasi durchgehend auf so einer Brücke. Ja. Und rechts und links sind einfach riesen Megagebäude. Ja. Okay, krass. Alles zugebaut. Hotels, Gastronomie, alles mögliche. Richtig crazy. Wenn du da aussteigst, denkst du, okay, falsche Haltestelle? Ja, denkst du wirklich nicht. Das ist Messe Deutz, die Haltestelle, ne? Ja. Aber es sieht nicht mehr Messe Deutz aus, Peter. Wenn du da aussteigst, mit Willen. Okay, abgefahren. Das Mikrofon reinkommen. Hardy kennt das noch nicht. Und das ist ein Richtmikrofon. Juhu. Genau. Du musst vorne reinspringen. Oh, ja. Egal. Wie gesagt, wir werden uns in der Business Area aufhören. Wir haben gehört, dass da auch noch exklusive Stände sind. Und die werden wir heute für euch analysieren. Und wir werden ein paar Sachen mitgehen lassen mit ein bisschen Glück. Und ja, freut euch dann darauf. Hau rein. Was habe ich gehört, Brickfoss soll es vielleicht auch geben? Was? Brickfoss soll es auch geben? Brickfoss? Ja, Brickfoss gibt es dort statt. Ja, den müssen wir auf jeden Fall besuchen. Ja, das wissen ich schon, dass es Brickfoss gibt. Den gibt es schon. Ja, das wissen die schon. Dass es den gibt, wissen die schon. Ja, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Versprochen. Oh, ja. Mega. Gamescom 2005. Juhu. Alter, Schlag den Ram, Fairbuck, Junge. Das dritte Spiel? Ja, es gab doch schon viele. Das ist übrigens Schlag den Star, was wir als letztes gespielt haben. Ach, stimmt. Wir haben ja Schlag den Star gespielt. Oh mein Gott. Guck mal, wie leer das damals noch war. Also, ist das letztes Jahr von der Führung genauso gewesen, dass du da die Rolltreppen runterkommst? Ja, immer kommst du die Rolltreppen runter. Ja, okay. Außer, wenn nachher voll ist, also nachmittags kommst du da nicht mehr runter, dann musst du rechts außen über die Rampe laufen. Das ist richtig Schmutz. Ja, das war früher teilweise auch so. Deswegen glaube ich eigentlich lieber rechts oder links zwischen den Hallen die Gänge. Die sind cooler. Gibt es auch nicht hier Tipps? Ja, stimmt. Entschuldigung, scheiße. Also, so leer war es jetzt auch wieder nicht, ne? Nein, das war jetzt Ironie. Ja, okay. War immer voll. Das ist schon aber leer, finde ich, für heutige Verhältnisse. Das ist ja auch nur der Freitag, ist ja nicht Samstag. Ja, Samstag war nochmal krasser. Scheiße. Ja, der ist ganz schön voll. Kannst du einfach gehen, alles ist leer. Allein du gehen kannst, ist leer. Superfurchtverleih. Super Mario. Darf ich dich kurz interviewen? Wie ist denn? Peach gerettet? Peach gerettet? Hab ich dabei. Ja, Peach ist gerettet. Und was ist mit Bowser passiert? Äh, haben wir glaube ich irgendwo verloren. Okay. Und Bruderherz, was ist mit dem los? Da draußen. Ach, der ist nicht voll am Sonnen, ja, während du den Job machst? Ja, der ist nicht am Sonnen, genau. Hammer geil. Und, äh, auf... Weißt du doch. Ja, wie das heißt, so weit. Hammer geil. Und, äh, in irgendeinem großen Haus rum. Und, schuhe nach, haben wir die geilen Frauen. Ich kenne eben noch keinen, äh, jetzt Nintendo-Type-Uleis. Das ist doch so wissig. Das ist ein Interview aus der Hölle. Oh Gott. Ja, ich, äh, weißt du, gib mir, gib mir ein Mikrofon und ab dafür, ne? Das stimmt. Und das schätze ich auch so an dir. Luigi rettet geile Prinzessin. Nein, nein, maximal einmal Mario. Ja, genau. Mario macht das immer wieder. Finde ich ziemlich geil. An welchen Teil findest du persönlich am besten? Äh, jetzt im Moment, ich bin am Sun... äh, Sunshine-Greif. Bin so sehr eh kein, seien wir ehrlich. Phrasenfragen. Aber ansonsten 64. Ah, okay. Das ist der beste Teil bis jetzt. Finde ich ziemlich fett. Und ihr lauft jetzt rum für dann wahrscheinlich Wii U, oder? Äh, gibt's ja hier nicht, aber... Ja, klar gibt's. Wir haben nicht gesehen wie bei Ubisoft. Ohne Spaß. Wir haben sogar angespielt. Wir haben Beweisvideos davon, dass wir die Video gespielt haben. Nicht schlecht. Nee, eigentlich einfach so. Wir kommen jedes Jahr im Kostüm her. Ach so, ihr seid quasi Cosplayer? Ja. Hammerfett. Das ist echt eine coole Sache. Also muss ich auch mal sagen, jetzt alle... Nee, ich auch... Nee, also ich dachte jetzt erst, die werden angestellt. Dachte ich jetzt auch nicht. Oh, das ist total abwegig, der Gedanke. Ja, ich weiß. Nee, zum Beispiel, aber Hammerfett. Sehr viel Laufwand. Finde ich ziemlich fett. Und vielen Dank fürs kurzs Interview. Ist das eigentlich fett? Das ist fett. Keiner wollte Basketball spielen. So kein Mensch. Da ist die kleine Schlange. Ich habe kurz gedacht, Christian spielt gerade Basketball, aber da hat er ja natürlich ganz andere Haare gehabt. Ach so. Oh mein Gott. Ja, okay. Da hat er Kamerashock, war das. Alter, das ist ein Game. Ja, liebe Gamescom-Freunde, hier sind wir wieder und ich habe euch jemanden geschnappt und zwar den anderen... Oh mein Gott, Under Serial, Junge. Holy shit. Blast from the past, Alter. Und der andere ist auch im Hintergrund. Wo? Da rechts. Auf der Schulter. Ja, da auf der Schulter. Pff. Boy guy? Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere von euch. Kennt natürlich jeder, selbstverständlich. Ja, jetzt reden wir ja am besten noch mal da rein. Du sagst mal vor die Zahllücke. Guck mal, Pien. Hey, Bram, immer in die Kamera. Immer in die Kamera gucken. Okay, also auf jeden Fall sind wir auf der Gamescom-Fuhr immer noch. Ja, und Anders-Vivill steht halt neben mir. Heilt euch hin. Servus, Leute. Na, wie geht's euch? Ja, wir haben halt schon ein Battlefield-Video gemacht, das aufs euch verweisen. Peter ist halt ein Wichser, wie wir alle wissen. Und ja, jetzt ist natürlich schon mal die Frage, was machst du denn hier? Ja, keine Ahnung. Wir machen alle wahrscheinlich das Gleiche. Wir wollen spielen, spielen, spielen. Ja, und was ist jetzt dein Messeknüller? Boah, Black Ops 2 fand ich ganz cool und Metal of War and Warfighter fand ich auch richtig geil. Aber FIFA ist für mich der Knüller des Jahres. Ich fand's so geil. Und die, obwohl die Veränderungen im Jahr 2012, ja, also die sind natürlich mal nur wieder marginal, typisch EA, aber das reicht für dich trotzdem für die Knüller. Einfach jedes Jahr sagen. Einfach 2012, so, Änderungen sind marginal. Ich finde halt, EA setzt zwar immer diese kleinen Akzente, aber ich zum Beispiel, ich finde es so geil. Die haben nur daran gedacht, jetzt an der Außenlinie diese Typen zu zeigen, die die Nummern zeigen. Sowas finde ich geil, wenn man auf so Details achtet. Ich finde es halt schade, dass EA nicht einfach sagt. Die haben bestimmt irgendwo das perfekte Game und die hauen es aber einfach nicht raus. Aber meinst du, dass es quasi Absicht wird, die so Verbesserungen machen, weil so dumm kann keiner sein? Das habe ich nie gesagt. Aber ich denke mal, die wissen schon, was sie machen und die machen jedes Jahr ein gutes Spiel und ich würde es mir jedes Mal wiederholen. Und außer von EA noch irgendein geiles Spiel? Brick First zum Beispiel? Ist irgendwie ein Spiel, dazu kann ich wenig sagen. Es ist eigentlich gar nicht mein Genre. Also für mich, wie gesagt, ist eher Call of Duty, Battlefield. So was ist die Schiene, die ich fahre. Die Black Ops Präsentation, die hast du auch schon gesehen und auch angezockt? Ja, also Black Ops 2 habe ich zweimal angezockt. Einmal normal auf dem Pressetag und jetzt gestern. Und man kann aber wenig sagen zum Gameplay, weil man musste erst mal fünf Minuten in Klassen einstellen und wusste selber nicht, was ist gut, was ist toll. Hat gut funktioniert und hat auch Spaß gemacht. Aber ich hoffe mal, dass wir nicht wieder nach zwei Monaten enttäuscht werden von irgendwelchen Server-Lags oder irgendwelchen Hackern. Also da habe ich keinen Bock drauf. Okay, ein bis jetzt lustigstes Messereignis. Ist das das ganze Video? Ja, an der Serial-Interview? Ja, ich versuche für 20 Sekunden noch. Bei ihm hat man aber auch gar nichts mehr gehört, oder? Also ich habe gerade mal geguckt, der ist noch auf YouTube aktiv und macht auch noch Videos zu Modern Warfare oder Battlefield oder so. Jetzt ein bisschen weniger. Ist sich treu geblieben. Aber es können ja mal vorbeigucken auf YouTube bei ihm. Oster lassen. So, Ration. Ich bin aber auch überrascht, wie viel Interview-Content wir damals da drin hatten. Vielleicht haben wir damals gelernt, dass Interviews die Leute nicht interessieren. Deswegen machen wir die nicht mehr. Ich glaube auch, Peter. Das hat mit jedem Jahr abgenommen. Ja. Also die Messebabes sind halt richtig geil. Aber die sind nicht... Was zur Hölle? Aber man muss doch sagen, war halt 2012 noch so. Ist natürlich auch heute der Perspektive nicht mehr so. Aber ich meine, selbst die GameStar hatte damals noch die Kategorie mit diesem Tinder-mäßigen Swipen, welches Messebabes findest du geiler? Auf der GameStar.de. Und die besten Messebabes hatte sogar im Magazin immer noch so einen Punkt. So eine Seite? Ja. Gibt es die Messebabes denn gar nicht mehr? Eigentlich nicht. Gibt es gar nicht mehr. Boah, ist ja schade. Weiß ich auch nicht. Aber ja, damals hast du viele Bildergalerien gemacht, weil jeder Klick war quasi ja gut für deine Verkaufszahlen sozusagen. Und Messebabes klickt jeder, glaube ich. Messebabes hat damals jeder geklickt. Ah, die ganzen Arbeitsplätze, die da weggefallen sind, sind richtig Schweinerei, ey. Ach, witzig. Lustig. Kommt drauf an, was? Ja. Manche schauen auch lächerlich aus. Ich sag nur Presswurst. Oh, ja, da haben wir einige gesehen. Ja, sehr gut. Also, es ist ein Blick in die Vergangenheit, ja. Ich hoffe, es ist klar, dass Wanda anders drauf war und die Zeiten andere waren. Man kann sich auch weiterentwickeln. Ja. Gibt immer noch Presswürste. Ja, je nachdem, was ich anhabe, auf jeden Fall. Oh, Alter, jetzt! Hi, hier. Ist kaum zu glauben, Dennis Hartwig ist da hier, ja. Komm mal her, mein Freund, ja. Hi. Und der Todfeind, jedes Menschen ist da, ein Nischenprodukt. Alter, hat es tatsächlich geschafft, ihn live aufzutreten. Ah, wir reden über Zelda natürlich. Link, Zelda. Du kannst die Karakter... Da kann ich mich sogar noch erinnern. Nee, aber er redet nicht. Das wird jetzt so ein bisschen awkward, nicht so wie das ganze Video. Was passiert jetzt? Er wird kein Wort sagen. Weil's Link ist. Ja. Weil's Link ist. Das ist so schrecklich. Aber das ist die beste Video sein. Aber das ist die beste Video sein. Wollen wir uns eigentlich das angucken? Doch mal. Gott, mir leid. Ich wusste es ja selber auch nicht. Oh Gott. Was? Oh Gott. Ja, komm. Ich bin nur alle Zeiten, also ohne Scheiß. Das ist Hammer. Ist sogar ein doppelter Ausdruck. Du hast noch 2 Minuten und 30 Minuten. Ich glaube, dass ich dich aushalten muss von Cringe. Ich bin einfach nur ein random Ocarina-Spieler. Ich dachte vielleicht die Elfen. Nein. Na, wie Elfen schmiert ja nicht mal diese Musik. Nein, 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 Link reicht schon. Link reicht schon. Okay, alles klar. Jetzt kommen wir kurz rüber. Und? Warte, wie hieß es, so die Welt zu retten? Nee. Ja, das ist immer wieder, ist halt ein Problem mit der Sprachausgabe. Ganz richtig, ihr seid nicht von RTL gegangen. Was? Ganz richtig, ihr seid nicht von RTL, oder? Nein, wir sind nicht von RTL. Was? Von RTL? Ach, von RTL. Ach, RTL. Ja, die hatten ja, glaube ich, gar so einen schlechten Ruf. Ah, da gab es immer wieder Skandale. Bram kommt also vor, wie so ein RTL-Reporter. Nee, das stimmt nicht. Gamer dürften sich über Gamer lustig machen. Wenn du Teil der Community bist, darfst du über die Community lachen. Ja. Okay. Hammer geil. Also sag mal bitte einmal kurz drauf. Das ist ziemlich, ziemlich fett. Ich muss sagen, schwer beeindruckt von den Kostümen. Viele Arbeiten steckt da, glaube ich, drin, oder? Nee. Okay, ja, genau, ich stecke mir. Nee. Nee. Hat er durchgezogen. Stark. Okay, wir interviewen wir jetzt. Und damit ist der dritte, dritte Messe-Tag, endlich. Peter. Was hat denn der Rest von uns gemacht, bitte? Ja, abgechillt, Peter. Oder haben wir ein anderes Video dann aufgenommen? Ich glaube, wir haben ein anderes Video gemacht. Wir hatten 2012 keinen zweiten Camcorder-Setup. Kein Zeit ist Setup. Ja, aber Jay, Sepp und ich müssen da auch irgendwas gemacht haben. Ja, Jay, haben wir Sachen angespielt oder sowas. Stimmt. Und haben das währenddessen aufgenommen. Genau für den Kanal. Oder leider, je nachdem wie man es sieht. Also meine Füße auf jeden Fall sagen endlich. Mein Kopf sagt leider, oder? Wie seht ihr das? Also es hat wirklich heute viel Spaß gemacht. Wir haben heute viel geschafft. Viele geile Sachen, über die wir uns sprechen lassen. Auf der Business Area gab es nette, interessante Dinge zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen hatte. Die waren mega in der Business Area, ne? Die haben mitbekommen. Wie wir euch mitgenommen haben, ne? Ja, Jay, Peter und ich waren in der Business Area. So gar einen einzigen Shot aus der Business Area. Wir haben wirklich so nicht mal den Eingang von der Business Area gezeigt. Das ist das Schade. Gutes Storytelling. Oh Mann. Jetzt zum Ende mich doch einmal kurz darauf verweisen, wir haben sie ja noch getroffen. oder Link. Link, 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 Zelda. Link, Link, Zelda. Link, Link, Zelda war doch auch die Linke dabei, oder nicht? Nein, nein, sie war auch so ein Zelda-Verschnitt. Ja, egal, sie war auch so ein Link-Verschnitt. Egal, ich habe keine Rolle, deswegen eine komische Independent-Figur. Auf jeden Fall war es ziemlich fit. Und ja, das war das Wort zum Freitag. Richtig, richtig, richtig viele Leute haben wir heute kennengelernt und getroffen, die auf uns zugekommen sind und uns wahrscheinlich auch aufgrund der T-Shirts erkannt haben. Sehr viele Autogramme geben, sehr, sehr viele Fotos gemacht, die man vermutlich alle auf unserer Facebook-Seite ansinnen kann. Wie ihr ein Video gesehen habt. Ja. Ja gut, Christian musste ja auch Fotos machen, der kann ja nicht filmen dann. Eine Serie haben wir getroffen. Hat richtig viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und das war der Freitag, morgen ist der Samstag, da wird es nochmal eine ganze Stufe heftiger, glaube ich. Und ich freue mich schon richtig drauf. Ich kann nicht mehr, es war geil. Mir auch. Hallis erster Tag, wir alle anderen waren ja schon ein bisschen länger hier, aber ja, die Füße tun weh und hoffentlich kommen morgen noch mehr Fans und ich kaufe mir einen neuen Edding, damit ich auch endlich einen eigenen Edding habe und ich immer alle fragen muss. Ja, damit verabschieden wir uns für heute. Bis morgen an diesem schönen Wochenende. Tschüss. Ja, aber Christian. Wir haben jetzt erzählt, wir haben gerade Link getroffen, obwohl man vorher gesehen hat, wie die Link getroffen haben. Das war absolut top top. Nein, Peter, du hast einfach nicht geschnitten. Wir haben Start-Stop gemacht und dann hast du hintereinander geschnitten. Hallo, ich hab da schön Musik hintergelegt. Ich hab da voll viel gekannt in der Nacht. Ja, mal gucken, was wir für Videos dieses Jahr produzieren und ob wir dann in... Alter, das richtig viele Interviews machen. ...elf Jahren auch darauf reaktend werden. Das wäre ganz schön witzig, muss ich sagen. Hm. Ja. Ganz schön lustig, das Ganze. Vielleicht trifft Bram wieder Link. Wir waren süße, kleine Knuddelmäuse damals, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.